Willkommen zu einer neuen Runde von Battlefield 1 mit dem Skuldo. Hallo. Diesmal Rush Modus. Wir sind Angreifer. Ich muss A-Walt-Path. A-Walt-B-Angreif nicht. Ähm, ich will eigentlich... Ich kann dich reparieren. Oh, was schießt da auf mich? Oh, ich hab was getroffen. Ich würde sagen, dass wir B... B, B, B ist gut. Ich fahr nach rechts. Wieso ist eine Waffe... Achso, das kann nur ich reparieren, ne? Die Waffe. Die Waffe kannst du, du, oder? Ja, die reparier ich schnell. Einfach nur aus Prinzip. So. Warte, ich tue schnell A-Markieren. Weil er jetzt am Arm... Äh, gelegt. Bleib ganz kurz... Ja, da... Ja, ich hab's gesehen. Ich glaub, der ist weg, oder? Der ist weg, ja. Ja, das Problem ist, ich würd's gern scharf machen, aber dann müsstest du auf Fahrer wechseln. Kriegst du das hin? 1 2 3 jawoll ich habe scharf gemacht kommen wir da rein du kannst auch als fahrer drin bleiben das ist mir wurscht ich würde gerne auf dem antrum da ist ganz gut wie die immer es schaffen mir zu entkommen die laufen im zickzack und es schaffen wir zu entkommen ja telekraft zerstörten ist ja wohl und gleich gleich auf so haben wir haben wir so gut oder markier mal moment ok er hat sich erledigt ein schuss zu zweikänschen ach jetzt immer artillerie ich glaube das sind wir im panzei eigentlich ganz gut aufgehoben ja was ja wo kann ich aber nun dass ein panzer vor mir kannst du rein kannst du rein ich bin doch schon drin im panzer warte ich steig aus du machst fahrer ok warte auf 1 1 2 ja ok ich kann so seit wann geht es ja aber wird schon scharf gemacht können wir mal zu b fahren oder so ja ich muss kurz aufhören sprengen satz an einsatz platz ja kreis ja was ist das auch das kreis 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 toll ich habe jetzt schon was wir haben einsatz ziel albert ausgeschaltet die medaille ja die habe ich oder die granale kanal karten typ habe ich weggeholzt der uns keine granate reingepfeffert hat hier sind so viele sind so viele ich würde gern scharf machen aber ich trau mich nicht müssen wir ja wir haben zu machen neben uns halt da kommt morgen sterben die nie ich kann nicht gar nichts machen was der west obwohl doch da warte was ich mache eine headshot und haufe ist eine normale strakes habe ich da wollte eine mit einer panzerpixer auf uns schießen habe ich sofort weggefreakt tschüss tschüss jawoll sehr schön nice oh alter ich mache gerade so viele kills ich auch oh die artillerie die ist das böse glaube ich tschüss 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 panzer fahre ich weiß nicht wie du die kills machst stehe ich nicht wo ist zu flügel wie du überlebst frage ich mich echt doch da ist ein panzer der fette der fette auch noch was streck aus du kämpfst ich kann reparieren mach steig ein Ich repariere dich toll ich bin tot wieso bist du tot Ich weiß es nicht. Während ein Einsteigen oder so. Während ein Einsteigen wurde ich getötet anscheinend. Das ist ja mal heftig. Das ist ja mal richtig heftig. Kannst du bei mir spawnen? Nee, ich bin... Der Panzer schießt direkt auf mich. Ich versuche auf A zu gehen. Kannst du bei mir spawnen, Mann? Ich mach A scharf. Nein, ich bin tot rot. Hab ich wieder reanimiert? Juhu! Telegraf scharf gemacht. Juhu! Und jetzt zur W. Ja, weil ich muss mich ein bisschen auch darauf konzentrieren, die Dinger scharf zu machen. Hallo? Ich hänge in der Tür. Wäääh, was? Oh Mann, ich erwarte sie immer von überall, aber nie. Kannst du mal bei mir spawnen? Ich wurde wiederbelebt. Scheiße. Telegraf zerstört. Nice. So, ich probiere es nochmal. Boah, und jetzt kommt der dort um die Ecke. Ich versuche eh schon heimlich irgendwo rumzulaufen. Ach. Das gibt's doch nicht. Während ich die Gasmaske abnehme, steht einer direkt... Lol. Wie wäre es, wenn du den vorher tötest? Bisschen heftig. Nein, ich wollte nachladen. Nicht die Gasmaske. Leck mich. Puh. Das war knapp. Ach, der wurde entschärft. Scheiße. Ich mach scharf, ich mach scharf, ich mach scharf. Ja, mach, sehr gut, mach. Hab scharf gemacht. Ich mach's ne Granate... Scheiße, das ist ein Wasser. Oh, gegen meine Verbündeten hab ich ne Granate geschmissen. Was ist denn mit denen? Ich schmeiß einfach Granaten rein, die behindert. Oh, mach die Tür zu, du Depp. Kaparier! Oh, kann mal irgendjemand in diesen beschissenen Panzer einsteigen und einen Panzer zerstören? Oh, Telegraph zerstört. Oh, da ist wieder ne Gas. ost llevar, geht auf den Fall aus. Wartet bis die Kräfte Quena sterne. Das Feuer. Uiuiuiui. War für deaktiviert. Schön. Ausgeschaltet des Fahrzeug. Schön. Es stellt das Fahrzeug. Schaut's aus. Fahrzeug zerstört. Ich steig mal bei dir ein. Wären ein Artillerie estarg, schreibe ich mal bei dir ein, einfach aus Prinzip. suddenly Auf geht's! Zu! Was mach'n wir? Ah! Ah! Löff'n'a an! Ich glaub' A ist am nächsten, ne? Miep, miep! Auf geht's! Beep, 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 beep! Hoppala! Hopp! Letzt'a! Und auf geht's! Bitte fahr' durch kein Haus, damit hab' ich schlechte Erfahrungen! Ja, ich hab' einen Kill gemacht. Ich hab' zwar keinen gesehen, aber ich hab' einfach mal so random irgendwo hingeschossen. Fahr' mal direkt hin, da kann ich aussteigen und vielleicht scharf machen. Ja. Das wär' nice. Ich schieß' davor mal ran. Da muss keiner drin sein, steig' aus! Wo ist'n das? Ja, da ist einer drin! Da sind zwei drin! Einen hab' ich getötet, den anderen Hilfe zählt das Kill. Nice, geil! Einen Meter von mir ist ein Sunny weg und ich wurde wiederbelebt. Das ist geil! Und A wird es scharf gemacht. Holy shit! Holy shit! Fuck der Scheiße! Jetzt bin ich in diesem fucking schweren Panzer, aber keiner steigt bei mir ein, schon! Oh mein Gott, da ist der Panzer! Hier sind echt viele Feinde, weißt du das? Ich... ich würd' gern... B ist scharf, dann steig' ich mal bei dir ein. Oh mein Gott, da ist der Panzer! Wo ist der? Boah, hier sind so viele! Boah! Was?! Alter! Ja, wir hatten noch 62 Leben! Ja, das waren mehrere Granaten-Panzer vor uns! Und wenn mir halt einfach keiner hilft, war ich ganz selbst... ...alleine einfach! Ich war jetzt im Panzer! Jetzt kann man dich immer auch nicht mit einem Panzer spawnen! Naja, egal! Ich war ja im Panzer! Ich hab versucht, ich wollte die ganzen Kleinfie... äh... Kleinen... Kleinen Viecher, sag ich schon! Ich wollte die Kleintypen alle wegdauen! Ja, du warst die ganze Zeit leider nicht mit einem Panzer, aber naja! Ja, weil ich die Dinger... Ich hab ja dann nicht 23-0 bekommen! Schau mal! Ich hab... 12-2... Ich hab die Dinger scharf gemacht! Alter, du hast 22-1! Ja! Holy shit! Hättest du mir bissl können, hätte ich 22-0! Naja, das war trotzdem ne geile Runde irgendwie! Ja, aber ich musste die Dinger scharf machen! Ich hab jetzt 3 Dinger scharf gemacht, glaub ich! Mir fehlt jetzt noch eins! Weil, hätt ich das auch nicht gemacht, hätten wir vielleicht verloren! Weil unser Team vielleicht... Ja, ja! Ich hab ja nichts gesagt! Versorgungssoldat! Wieso bin ich besser Versorgungssoldat? Ach, ich bin als Panzer rumgefahren! Okay, jetzt... Ja, du hast ja meinen Panzer genommen! Ja! Hey, das war immer noch der Panzer, den wir am Anfang der Runde genommen haben, ne? Ja! Heftig! Das wär heftig! Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge! Ah ja, genau! Tschüss! Tschüss!